da war der herzlich willkommen zu einer runde great craft auf dem hypixel server stand gerade auf dem schlauch ich tue hier ich weiß nicht ob man es merkt aber ich tue hier gerade links nach kommentieren weil der gute felix ist natürlich der beste aus unserem ganzen team und einfach ein richtiger lappen labert hier labert hier ganzen drecks zehn minuten und auf jeden fall das merkt am ende geil sein mikrofon ist einfach aus aber das job denn gar nicht einfach weiter geredet und jetzt ja auf jeden fall muss ich das hier ist halt nach kommentieren hoffe dass mein dad nicht hinten links nicht rein kommt genau ich stehe gerade ein bisschen auf dem schlauch und ab und zu gibt es hier in diesem gameplay so ein paar stand lecks da war meine internetleitung wieder am abscheißen da kann ich wohl auch nichts machen ist wahrscheinlich also bei mein bruder der war letztlich ist ein laptop gekauft und der schützt auch im internet ganze zeit damit wahrscheinlich die leitung wird es was zu haben aber irgendwie kackst dann bei so vielen geräten doch ab also ich hoffe verständlich ich dann will ich noch ein bisschen erklären was denn überhaupt quake craft ist wie gesagt spielt der spielmodus gibt es auf dem halbwegs server das ist die map weiß was ich sense in the woods oder weiß nicht aber weiß ich nicht vor gotten glaube ich so heißt die map mir steckt ein ganz ein bisschen im hals drin und da seht jetzt wieder so ein kleiner leck gestorben wenn man nach diesen lecks dadurch halt sterben und kräfte habe ich früher aufgezockt ich komme nicht dazu das zu erklären deswegen versuche ich es jetzt noch mal hier bei quake craft hat man diese regelgang also dies in form von einer hacke oder hacke hacke heißt es in deutschland in minecraft und diese hacke wird dann also wie gesagt ist es also steht auch immer schon unten dran dass es eine basic railgun ist also eine bazooka sozusagen die also die raketen sind dann die geschosse und sowas man hat also unendlich leben und muss halt einfach versuchen so viele kills wie möglich zu kriegen und wenn man 25 gilt hat hat man gewonnen für die kills kriegt man coins und punkte mit diesen coins kann man dann im shop von der lobby von hiv andere sachen kaufen wie zum beispiel also der basic railgun gibt es dann noch eine aus holz ist ja schon aus steinen aus eisen und ob es diamant gibt weiß nicht man kann sich auch rüstungen kaufen ist man halt gepanzert und ihr könnt gesehen dieses schaf hatte eine stein railgun sozusagen die ist dann halt besser also hat eine weniger renach nachleidzeit nach jedem schuss fällt auf diesen xp galbalken die der so lang ist ja komplett voll und geht also langsam runter ist sozusagen die nachladezeit bis du wieder schießen kannst ja um sechs camper und dass mein internet hier manchmal lag tut mir wirklich leid jetzt weiß ich immer noch nicht was ich erzählen soll das ist okay es ist auf jeden fall die runde hier vorbei wir sehen uns in der nächsten runde bis dahin haut rein und und So, und da sind wir jetzt auch schon wieder bei der nächsten Runde und auch die letzte Runde, ähm, ja, es kommt immer jetzt, hier ist wieder ne, ähm, kürzere Folge, weil ich grad ein bisschen im Stress bin, und, ähm, halt, ähm, ja, da ja, schneiden, aufnehmen, schneiden, rennen, hochladen, ich, also, aufnehmen tue ich ja gerade, oder habe ich, und kommentiert es jetzt ja nach, oder, ähm, ich mein, dann, schneiden, rennen, dann hochladen, da auch immer noch ein bisschen, ähm, da ich ja auch noch nebenher so normal suchen möchte, ähm, ähm, sind, das ist jetzt heute, ähm, eine kürzere Zeit, ähm, kürzere Folge, aber wenn ich da mal wirklich richtig Dings hab, richtig, richtig, ähm, ich stehe heute so auf dem Schlau, richtig, richtig Zeit hab, kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr irgendwas die ganze Zeit im, im, im Kopf habt, was ihr sagen möchtet, aber ihr kriegt es einfach irgendwie nicht, ähm, ähm, aus, also, es ist, es wird, es kann nicht ausgesprochen werden, ist bei mir öfters so, auch so, dass ich Brain, AFK, kann man jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, was ich vielleicht, was ich meine, also, dass ich einfach nur so im Gedanken gesunken bin, dass ich einfach gar nichts mehr mit krieg, um mich rum, ist auch voll oft bei mir, also, da, das ist krank, da bin ich ein bisschen anfällig dagegen, kann man das so sagen, ach, es hat jemand gewonnen, ja, das ist komisch, aber ihr seht ihr ganz oben, CrayCraft, ähm, ich habe sieben Kild gemacht, das ist wunderbar, richtig scheiße, aber dritter, ja, der hat 25 hingekriegt, und mit 25 hat man halt gewonnen, und ich habe hier jetzt dann, das ist letzten Jahr, Coins 643 und Kills 591 und gerade mal 3 gewonnen, was steht ich, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall, das war's, meine Folgen, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hab, ich hab's glaub, ich weiß es nicht, aber ich sag's jetzt sicher jetzt nochmal, die Folgen kommen immer Mittwochs um 15.30 Uhr müsste das sein, wird es stimmen, ich guck, dass ich, also, auf jeden Fall, so 15.30 Uhr rum, kommen wir dann hoch, und auf jeden Fall, auf Wiedersehen, und ciao.